ja hallo und herzlich willkommen bei alexanderlp let's play omg 2 wir fragen auf der karte hohenkirchen was ich schon eigentlich machen wollte aber es war mir mal los so gemacht mal ist das wetter oder wir machen wir jetzt hier frankfurt vielleicht geht es noch besser aus ja gut also heute war ohne regen das ist ja klar wir suchen uns erstmal hier den fahrplan aus sonntag feiertag und dann den umlauf 2 wir haben ja noch pause weiß wir fahren hier heute mal ohne multiplier bei bbs sondern wir fahren heute singe player ja wir rüsten es mit dem ganzen bus auf wir wollen man das hier dunkel machen genau und taste m können wir dann machen der gibt ja selber gas ok so jetzt könnt ihr ja oben wir fahren aber von orenkirchenbahnhof nach herrenhof südbahnhof genau und dann umlauf könnte ja 840 000 dann macht er die drei und fertig ist das die ganze uber hier macht ihr das weg so dann muss ich hier noch mal was machen so zack und jetzt habe ich da und wieder so und jetzt wenn ihr die erste tür auf macht dann weil der bus ja eigentlich aber so ja gut ich habe ja um sie einmal normal ja du bist nicht mehr normal und sie erst neu gestartet deswegen einmal normal muss das wieder sein so viele ja klar musste so viele münzen kleiner sein und kommen sie ja öfters zu mir ja hier seht ihr diesen stb also die auch in nachkommen in anderen dorfen also die heißen ja die straßen waren hier ist die s-bahn oder so und das ist ja süd thüringen fällt ja auch hier der groß natürlich mit 15 grad im bus das gut und elf karte ist draußen das ist auch gut wir haben heute frankfurt sie hat ja das ist man frankfurt und ja also bei mir ist fps sieht ihr ja schwebt ja also das geht ja runter dann wieder hoch also 32 fps habe ich auf jeden fall so zwei einen minuten fahren wir los wenn ihr premium habt guckt ihr wenn ihr kein premium habt ist okay ja also ich lasse es jetzt hier mal so weg weil wir ja kein realistischer uhr-zeit fahren wir fahren ohne realistische zeit also wir haben jetzt schon zwölf uhr ein und zweit wir haben jetzt in realität 11 uhr 54 und hier im spiel haben wir zwölf uhr deswegen ist es egal da kommt noch mal ein stb da kommt noch mal ein bisschen ich finde ich ich glaube auch nicht mal ein fahrer oder ja süd thüringen bahnhof also das ist gut so jetzt mal die tür zu am batzig mit einem schönen iwego hier der habe ich auch in Betrieb, aber in der private Halle, das ist die private Halle 7, da könnt ihr gerne die zwei Brüssen benutzen, also einmal den MRN hier und den Ewego. Heute mal ohne Kamera. Ja, die schöne Map haben wir ja auch in BBS drin, so jetzt haben wir hier, ach, das wollten wir doch weglassen. Komm, wir fahren jetzt den Bus in der. Die 852 habe ich, glaube ich, das letzte Mal euch gezeigt. Die nächste Haltestelle ist Bohnenkirchen Stadtpark. Wenn der Opa mal ein bisschen schneller fahren würde, dann würden wir auch pünktlicher sein. Wir sind noch pünktlich. Und genau. Ja, ich bin ja erst um... Ja, nur 56 aufgestanden, dann habe ich gedacht, naja, dass ja die Leute, deine Abonnenten... Ja, hast ja versprochen, hast ja in deinen Kanal angekündigt, dass du aufnimmst. Ja, 30, ne? Das ist klar, der fährt viel zu schnell. Eine Minuten Verspätung, das ist ja nicht so schlimm. Ah, die 852 fährt da rechts, also links drei. Boah, was ist denn der Fahrauto? Also, wenn ihr, habe ich euch mal die 852 schon gezeigt. Wenn ja, schreibt die hier bitte in den Kommentaren. Oh, hier ist er gut gepackt. Hallo. Hallo. Jetzt müssen wir einmal hier lang. Nächste Haltestelle, Gesamtschule Hohenkirchen. So, jetzt fahren wir einmal hier Gesamtschule. Mit Augs hier diesmal nochmal. Nein, Jod, der fährt ja, Leute, ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, aber schlicht. Ja. Ja. So, jetzt fahren wir hier zurück. Oh. Da habe ich den Milch überstecken. Genau. Das ist nicht so gut. Aber, um sie kann man das machen. Ich bin mal gespannt, was jetzt, ähm, demnächst kommt ja auch diesen MAN Line City, ähm, die LE praktisch. Also, wann, weiß ich nicht. Das wurde im Webdesk ange... Also, wurde nun Bilder gepostet. Und, ähm, ja, genau. Werde ich euch auch dann ein Let's Play machen, wenn ihr bei Facebook das gesehen habt. Und, ähm, das habe ich auch, ähm, da hingeschrieben. Ach, da will ich nicht mit. Okay. Ich fände mal ein, also, ganz schön. Nächste Haltestelle. Komm, jetzt können wir. Mangelroda. 80 ist erlaubt. Wir fahren 80. 80. Jetzt mal. Und, genau. Ja, ich bin mal jetzt gespannt, was noch bei OMC erscheint. Jetzt noch diesen, eine DLC. Und, ja, bei Trem Simulator, wisst ihr ja schon, was erschienen ist. Ja, wenn ein Rökel ist, kann ich ja nichts machen, weil OMC diesen Problem noch hat. Ampel Rot, das ist immer gut. Der kann nicht was trinken. Ja, hier sind ja neue KIs, habe ich euch, glaube ich, das letzte Mal gezeigt. Und, ja. Also, wir fahren jetzt vom Bahnhof nach Südbahnhof. Und dann mindestens mal gucken. Vielleicht werde ich ja unter der Woche mal ein Video nochmal hier mit Gelenk machen. Mal gucken. Vielleicht. Jetzt. Dienstag oder Mittwoch. Dienstag oder Mittwoch. Dienstag. So. Hallo. fahre jetzt los oder ich warte die vier Sekunden ab, also die vier, ja, oder ich fahre jetzt fahre ich los. Die Karte ist ja viel wert, aber ihr müsst dafür leider zahlen. Das ist ja klar. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich habe die Karte auch bei Airsoft günstiger. Mit Prozetten gekauft, wo ich in Urlaub war. Deswegen habe ich jetzt das gekauft und dann habe ich das DL, also den K über Steam aktiviert, wo ich von meinem Urlaub kam. Und ja, so. Ein Video habe ich ja gemacht, das ist glaube ich das zweite oder so. Keine Ahnung, ich gucke nochmal gleich nach. Wir haben ja sowieso zu verfrühen. Und ich kann das während der Fahrt machen. während der Fahrt eigentlich nicht, aber ich mache das. So. Ja doch, ich habe zwei Videos davon gemacht. aber Solo. Pläger. Ja, der Bus hat seine Macke mit Gas ist ja nicht so schlimm. Aber das kann man ja gleich, ich weiß nicht, ob das so ist oder gar nicht. Ja, halt die Fahrt ein bisschen zu früh. Ja, mit diesem Hänger da ist ja nicht so schlimm. Wenn ihr einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder ein Abo da lasst, die Glocken aktiviert, dann verpassen ja wirklich keine Videos. Ich werde jetzt ein bisschen mal aktiver werden. Hier bei Ormsi wie im Kanal natürlich. Ja, das ist ja auch wie der Kollege schon erklärt hat. Ach, egal. Wer braucht denn heute das Sonne-Rollo. So, weiter geht's. Auf geht's. Hier müssen wir ja wirklich abgrenzen. So, da kommen zwei Autos. Hier kommt nichts. Ich halte nochmal gucken. So, jetzt. Ich könnte hier Gas geben. Schön über Land, natürlich. Und es macht richtig auch Spaß hier fahren. Das ist jetzt meine dritte Midi von euch. Also für euch ist es echt hellig hier mal zu fahren. Wälder. Boah, was ist das denn jetzt? Das ist Busfahren. Das sind die zwei Autos, wo wir durchgelassen haben. In der Realität dürfte man schon so fahren. Aber im Omzi zum Beispiel tun die Fahrgäste nicht immer meckern, wenn man schnell um die Kurven fährt. Das ist ja schon Standard. Und weil ich lasse ja mehr Gun hier, weil ich das so interessant finde. Aber jetzt gucken wir geradeaus und dann links. Wenn jetzt hier kein Gestatten hätte, dann hätten wir hier durchfahren können, aber das ist ja nicht so. Ich habe es ja nicht so. Ja, hier die Wendekreise, wie der Kollege YouTuber gesagt hat, dass die Wendekreise... dass man so großzügig ist für einen Busfahrer, der... Nächste Haltestelle Treppendorf Markt. Zwar jetzt wieder der Bürgersteig, aber anderes kann man hier nicht fahren. Boah, also wir kommen gleich hoch, ey. Hey! Guten Tag! Hallo! Einmal kurz Strecke. Den Sound kennt ihr ja. Dankeschön. Bitteschön. Hallo! Hallo! Die Zeit nehmen wir jetzt uns. Komm, lauf schneller! Meine Fresse. Komm, lauf, 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 lauf. Foto verletzt geht, Frau Schaubild. Ah, ja, dreißig. Wie erlaubt. Die dürfen wir ja nicht schneller fahren. Nächste Haltestelle? Dräng hier. Luise von Talweg. Wir lieben ja enge Straße. Das ist ja Herausforderung. So, wir brauchen ja nicht blinken, wenn wir, ähm, noch müssen. Dass die Autos hinten uns ja Bescheid wissen, dass wir durch wollen. So, raus. So, jetzt hier wollen keine mit. Gut. Oh. Nächste Haltestelle? Altes Porzellanwerk. So, und raus. Ich kann mal, ich, äh, Turbo mal machen. Dann? Nein, ich50 student. Aber wenn, dass es noch nicht trifft ist, tun. Absatzes chasingen. Da kommt dasovers hält。。 solltet, dass wir wegnehmen. Dann muss das wieder haben. Das ist zwar Memory-Test. Ceétais auch ein eigenes Sinn. Nach dem Buchstabenden Rest어요. Okay, das ist nicht�akes. So, da kommt ja eine Station, deswegen müssen wir abgrenzen. Die zwei wollen nicht mit, und das hier wohl sind ja ausgestiegen. Und genau. Nächste Haltestelle, Kiliansroda. Ja, berghoch fährt er langsam, das merkt man schon. Ist ja aber nicht so schlimm. In Realität fahren die Bussen auch langsam hoch. Sehr schön hier. Gefällt mir. So, hier geht keiner einsteigen. Boom. Bei Kultur. Sehr schön hier. Gefällt mir. Und den Schild dreckig. Jawoll. Ihr wollt, ähm, kauft ihr dann ein Haus. Hier auf der linken Seite. Ähm, rechte Seite meine ich. Auf der linken Seite glaube ich nicht. Wieder hier. Das ist so ein, ähm, ähm, Linie, der, ähm, so auf fährt. Die 849. Die 849. Die 849. Die 449. Die 849. Die 849. Die 849. Die 849. Die 949. Die 849. Die 849. Die 949. Die 849. Das ist Bus fahren. Oh. Fällt mir richtig gut. Nice. Kaufempfehlung ist ja draußen. Weil ich finde die Karte richtig schön gestaltet. Ja, willst du hier anhalten? Gut. So, weiter geht's. Wir sind ja bald am Ende. Nächste Haltestelle, Herrenhof Dorngasse. Dass hier kein Bus kommt. Pass. Guten Tag. Guten Tag. Laufen. Laufen. Schönen 30 fahren. Schön 30 fahren. An die Geschwindigkeit euch bitte dran halten. Nächste Haltestelle, Herrenhof Kulturmuseum. Nächste Haltestelle, Herrenhof Kulturmuseum. Schön hier. Hält mir. So, beide ausholen wieder. Und rein fahren. Kommen Sie schön auf die Wiese. Hallo. 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 Einen normalen Fahrschein. Oh, der Manfred mischt eine normale Fahrkarte. So, was kriegst du denn wieder. Ah, 1,50. Ja, mein Stuhl hat gerade geknackt. Weil ich schnell gelenkt habe. Nächste Haltestelle. Herrenhof-Rheinfelder-Straße. Ja. Ich muss sagen, also wir sind jetzt eine Minute verspätet, aber das ist ja nicht so schlimm, mein Gott. Ja. So. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ja, ich habe das andere, ähm, deinstalliert, weil das Flackern ging ja auch auf die Nerven. Und ja, also. Nächste Haltestelle. Das ist Katastrophen. Herrenhof-Südbahnhof. Sie haben Umsteigemöglichkeiten zum Regionalverkehr. Guck nicht, aber der hat bestimmt kein Premium. Guck. 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 Hier dürfen wir reifahren. Den Schild werde ich nicht mitnehmen. So, ja ich hoffe das Video hat euch gefallen und ich sage mal dann, bis zum nächsten Mal. Jetzt schauen wir die Auswertung zusammen an. 12,70€, wow. Oder 4 Fahrkarten. Ja gut, Fahrziel waren 45€, aber das ist ganz okay. So, weiter Retouren fahren oder beenden? Wir machen mal beenden. So. Genau, ich sage mal dann, tschüss. Ja gut, ich sage mal dann, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020